Wo ballert wir da schon wieder rum? Ich geh immer auf der falschen Seite raus, ne? Blaues Loot! Das ist das schönste. Da hat nichts getan, kommt an und da liegt direkt Loot rum. Das gefällt mir am meisten. Das Haus sieht auch mal nice aus. Wo laufen wir gerade hin? Warum folgen wir dem? Was ist denn da? Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich zum Stickmann, weil er so halbtot hier rumguckt. Achso, ja, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen, schön. Ja, ich war ja, ich war ja hier. Deine Waffe fliegt hier sehr geil, gerade komisch durch die Gegend. Sehr geil, kannst du damit jetzt besser über Häuser schießen? Ich? Ja. Schieß mal. Die schießt immer oben raus, also. Sieht lustig aus. Es gibt noch so einiges, was die beheben können. Habt ihr da Outfits dran? Ein Teammitglied hat sich von der Division ausgesagt. Ihr Team gilt jetzt als abtreiblich. Ich muss doch nicht immer Amok laufen. Jungs, Jungs, Jungs. Irgendeiner muss es doch. Irgendeiner muss es doch. Super. Es sieht auch so geil verschneit aus, ne? Ja, dann tötet den auch mal und nicht so halbherzige Sachen. Der arme Junge. Alles gestärben. Ha. Ich war's. Nee, nee, ich hab ihn getötet. Ich hab den letzten Schlag gemacht. Bei mir steht MK. MK. Ja. Ja. Das ist nicht gerecht. Ja. Ich hab ihn doch erschlagen. Ja, ist schon okay. Ich hab ihn auf den Boden geschossen. Ist gut. Ja, Arbeitsteilung. Arbeitsteilung. Man nennt's auch Killstealing. Oder so. Oh. Steams eigentlich hat gerade. Ja. Oh my god. Wir werden famous. Wir werden famous. Yeah. Ah. Wir finden jetzt auch mal ein paar Spieler. Da vorne läuft, oder? Ist irgendwie extrem leer heute, ne? Wahrscheinlich, weil einige auch gar nicht wissen, dass die Beta weiter läuft und die gar nicht mehr spielen. Ich wusste das auch nicht. Ich hab die einfach angemacht und dachte so, ja, ich bin mir gefühlt nicht. Sorry. So, meinst du? Mein Gott. Nee, nee. Ich hab's bekommen. Verdammt. Stille. Ja, ja, ja. Ja, aber ohne dass ich's einfach gestattet hätte, hätte ich's ja auch nicht mitbekommen. Ich hab's heute gelesen, bei Facebook. Ja. Warum können sie nicht einfach noch einen Monat lang die Beta schütteln lassen? Ist doch. Easy. Karte MPC. Okay. Ich bin voll. Ah, ich bin voll. also muss abholen lassen hier gerade aus gehen ich hatte ich hatte was markiert ich weiß nicht ob ich das sehe auch machen noch 16 sekunden alles das ist noch keine sechten sekunden hinter uns ist noch ein spieler die sind noch nicht AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH abtrünniger agent neutralisiert hinter uns so trotzdem noch einer normaler spieler ich denke hinten hier sind sogar noch zwei hat überhaupt jemand im scan ausgerüstet ja ich habe keine sicht auf zirky nein wie schnell kann er entschießen ich bin die mpc ist noch so fies in so momenten kommen müssen ist er noch da der turkey was geht denn bei dir da hinten aber hier ist ja nicht mehr ich weiß wenn doch da ist noch jemand ist immer auf die tankstelle drauf eine maschine ist im anflug auf ihre position das war versuchen ob wir das überleben können ein bisschen kohle wäre ganz gut wir flüchten einfach ist einer doch auch verpiss dich also da rennen rennen hehehe eine maschine ist im anflug auf ihrer position was denn so läuft die zeit natürlich nie ab ja du musst einfach weglaufen entweder die ganze zeit oder dich in der letzten ecke verstecken ja ne aber wir schießen ja auch den einen ich meine das könnten wir locker schaffen weil hier ist eh nicht viel los das die die zu die ja Ja, äh, ein bisschen schön. Jetzt hätte ich noch mal Menschen gehabt. Die beiden hätten noch mal Menschen gehabt. Ist ja auch nicht schlimm, egal, gibt es 14 Bonuspunkte. Ja. Ja, das sind aber schon ein paar Sekunden mehr. Ich glaube, ich hatte selber fünf Minuten. Abholung erfolgreich. So, Nanu? Wir müssen warten. Vier Minuten. Scan kommt. Da hinten ist schon wieder ein Spieler. Ja, da oben auch. Und er schießt wieder auf mich. Turkey ist da. Na, den hatte ich eben gerade getötet. Der willst du auch wissen, ne? Holen wir uns die einfach? Ja, what? Nee, wir warten einfach. Erst, wenn sie richtig angreifen. Die greifen halt theoretisch richtig an. Die greifen halt theoretisch richtig an. Die greifen halt theoretisch richtig an. Die sind einfach ein bisschen daneben, was da nicht zu machen. Oder eigentlich runter. Scan bitte. Boah, hier links ist noch einer. Aber solange die auf uns schießen, geht ja die Zeit damit zum Tag. Ja, die kesseln uns aber so langsam ein. Da müssen wir aufpassen. So, wollen wir die jetzt töten? Es werden sonst immer mehr. Oder einfach weglaufen. Ja, nee. Nee, jetzt entscheidet euch mal. Unser Stream Leader darf entscheiden. Was willst du in deinem Video? Ja. Ich bin der Team Leader. Naja, flüchten, kämpfen? Keine Ahnung, flüchten, kämpfen geht eh wieder schief. Ähm. Lass die weghauen. War klar, dass das von... Dann hauen wir die weg. Dann hauen wir die weg. Ich hätte nur 80 Sekunden gehabt, aber ist nicht schlimm. Wir dürfen uns so nicht zu weit auseinander treiben lassen. Wobei der Outlaw da gerade mega verlockend ist, sich den zu holen. Ich hab schon zwei erledigt, also. Ich hab noch gar keinen. Ich hab auch noch gar keine Punkte, oder gar keine Zeit dafür bekommen. Ich bin gleich raus. Aus meiner Zeit. Oh mein Gott. Ja, dann sicher wir die weg. Ja, genau. Da kommt ein Scan. 20 Sekunden noch. Nein! 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 Jungs, holt mich! Ja, warte. Ich komm. Schnell, 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 schnell! Fuck! Ich war gerade fertig fast. Ach, der hat auch dieses räudige Sturmgewehr. Ich hab vorher sogar noch gescannt und ich hab ihn auf dem Scan nicht gesehen. Das guck ich mir gleich nochmal im Stream an. Ja, passt auf Leute. Wir üben Rache für dich. Ja, ich hoffe. Hart und ungenedig. Leute, scannt mal und passt mal auf. Ihr guckt da beide auf eine Seite. Okay, hier sind's alle.